Hallo liebe Löwen, willkommen bei Januar Tarot. Ich möchte heute Tarotkarten für euch legen. Es geht um den Zeitraum 15. bis 31. März 2023. Ich habe hier drei verschiedene Tarotdecks dafür vorbereitet. Ist eine allgemeine Legung an das Kollektiv gerichtet, kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Deswegen entscheide bitte du, ob du hier mit dieser Legung resonierst. Personenkarten, die hier auftauchen, können für beide Geschlechter stehen. So, ich schaue zunächst mal, was ist hier so das Thema in den genannten zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen vom März. Eine wollte kommen, jetzt ist sie wieder rein. Königin der Kelche Die zwei Außenkarten sagen mir, es geht bei vielem ganz deutlich um eine Liebesangelegenheit, um eine Partnerschaft, um die Liebe an sich. Und ja, oder es geht um ein Thema, was euch sehr stark am Herzen liegt, was euer Herz berührt. Ja, vielleicht ist es auch ein Hobby oder irgendwas Berufliches, was ihr wirklich mit vollem Herzen verfolgt. In der Mitte haben wir diese fünf Schwerter, die zeigen mir, dass es diesbezüglich Konflikte gibt oder bisher Konflikte gab, die gelöst werden möchten. Denn die Konflikte müssen nicht offen ausgetragen werden, aber es sind zumindest Sorgen und Zweifel, Verletzungen da. Ja, die man so im Kopf hin und her wälzt, die einen nicht ruhen lassen wollen und das Gefühl vermitteln, irgendwas stimmt nicht. Ich schiebe das mal hier nach oben und lege jetzt hier mit einem anderen Deck weiter aus. Ich schaue mal direkt auf dich, lieber Löwe. Wie zeigst du dich, wie fühlst du dich die letzten zwei Wochen im März? Der Herrscher auf dem Kopf, König der Kelche, fünf der Stäbe und Page der Stäbe. Ja, lieber Löwe, weißt du, es ist hier so ein bisschen ähnlich das Thema wie im Monatsorakel, was ich eingestellt hatte für den Monat März. Hier haben wir dich als Herrscher auf dem Kopf. Der Herrscher auf dem Kopf benimmt sich nicht wie der Herrscher. Der Herrscher ist eigentlich eine Persönlichkeit, die den Ton angibt, das Zepter übernimmt, einfach die Führung übernimmt und sagt, hey, hier geht's lang. Im besten Falle auf eine liebevolle, respektvolle Art und Weise, auf eine beschützende Art und Weise, ja, wo die anderen auch von profitieren können, sich beschützt fühlen. Der Herrscher auf dem Kopf ist entweder jemand, der nicht so richtig weiß, wo es lang geht oder der Herrscher kann auch anzeigen, dass hier eine gewisse Führungsrolle missbraucht wird. Ja, es braucht wird sie dann, wenn ein bestimmter Status, eine bestimmte Führungsposition, ja, vielleicht auch sehr, sehr dominant ausgelebt wird. Ja, dann rennen dann auch alle weg. Aber ich denke mal, hier geht's eher darum, dass du hier nicht das Zepter an dich gerissen hast und nicht Tacheles gesprochen hast. Nicht im richtigen Moment die Führung übernommen hast, obwohl es gut gewesen wäre. Stattdessen bist du hier als König der Kelche angezeigt. Der König der Kelche lässt sich einfach so von den Geschehnissen treiben, öffnet das Herz ganz weit und passt sich auch oft an. Ja, der König der Kelche will andere nicht verletzen, will immer nur Liebe geben, Liebe empfangen, schmusen und sich anlehnen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, bitte nicht wörtlich nehmen. Ich versuche das so ein bisschen überspitzt darzustellen. Der König der Kelche will einfach nur Liebe, lieb sein, dass andere lieb sind, ja, aber so läuft es halt nicht immer im Leben. Und ich sehe hier auch, dass der König der Kelche mit diesem Verhalten hier, also das bist du ja jetzt in dem genannten Zeitraum, ich glaube mit dieser Art und Weise hier in Schwierigkeiten gerät, ja. Wir haben hier fünf der Stäbe und den Pagen der Schwerter. Hier entsteht aufgrund dieser Angepasstheit, dieser übertriebenen Flexibilität, entsteht hier Chaos. Andere fangen dann an, deinen Platz irgendwie streitig zu machen, fordern dich hier heraus, ich sehe hier Provokationen, weil die anderen glauben, ach ja, der Löwe, der ist so lieb und der ist so schmusig momentan, da kann ich ja machen, was ich will. Da kann ich jetzt mal zeigen, was ich drauf habe. Also hier greifen dich vielleicht Leute an oder du fühlst dich angegriffen von anderen. Deine Meinung wird nicht akzeptiert, das, was du willst, wird nicht umgesetzt, ja, keiner hört auf dich. So ungefähr fühlt sich das an und das kommt daher, weil du hier einfach mit einer anderen Energie auftrittst, mit einer Energie, wo die anderen glauben, sie können alles mit dir machen. Ich weiß, das ist ja nicht der Fall und es ist auch nur eine Zwei-Wochen-Legung, aber da bist du irgendwie momentan in dieser Energie. Ich schaue jetzt mal zunächst auf das Gegenüber. Was kommt denn da? Dein Gegenüber kann hier dein Partner darstellen, Ex-Partner, Wunschpartner, Arbeitsumfeld, Familie, Freunde. Je nachdem, welche spezielle Situation du hast, was dich so beschäftigt. So, acht der Münzen auf der anderen Seite. Zwei der Kelche, die haben wir auch schon hier. Drei der Stäbe und vier der Schwerter. Ja, nun, ich habe ja gesagt, weil du hier nicht gut aufgepasst hast, ja, der Herrscher hat ja auch alles unter Kontrolle, der beobachtet ja alles, der sieht alles, der fühlt alles. Und du hast hier als Herrscher geschlafen, lieber Löwe. Und währenddessen hat sich hier jemand etwas aufgebaut, klammheimlich. Hier hat jemand in der Zeit, wo du in diesem Kuschelmodus so angepasst warst, hat jemand an etwas gearbeitet, an seinem ihren Glück, sozusagen hinter deinem Rücken. Hat hier schon Pläne aufgestellt mit drei der Stäbe. Löwe hat für sich hier so ein ganz tolles Feld geschaffen. Und das Ding ist, wenn du das rausfindest, lieber Löwe, dann wirst du sehr verärgert sein und enttäuscht sein. Und wenn du dein Gegenüber da zur Rede stellst, wird das Gegenüber ausweichen. Hier ist jemand konfliktvermeidend eingestellt. Hier zieht sich jemand zurück, vermeidet die Kommunikation, vermeidet die klare Aussprache diesbezüglich. Ja, hier wird sich jemand entziehen, wenn du das rausfindest und wenn du diese Menschen darauf ansprichst. Ich kläre das hier mal mit dem anderen Deck. Sechste Münzen. Drei der Schwerter. Der Gehänkte. Zwei der Kelche. Der Page des Schwerter, der sammelt ja Informationen, ja. Das ist so diese Stalker-Karte. Andere beobachten, irgendwas rausfinden. Der findet hier nämlich raus, hier mit diesen zwei Kelchen, dass dein Gegenüber hier etwas anderes für sich aufbaut. Während du das nicht so richtig mitbekommst. Das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Das muss jetzt nicht irgendwie eine neue Partnerschaft hinter deinem Rücken, ja. Wenn es hier bei dir um eine Partnerschaft, um eine Beziehung geht. Das kann auch was ganz anderes sein, ja. Vielleicht baut sich dein Partner irgendeine Zweitwohnung oder ein Häuschen im Grünen, wo er dann am Wochenende mal im Garten rumliegen möchte. Das ist sowas. Was haben wir hier? Neun der Münzen. Der König der Kelche. Vielleicht darfst du ja mit in den Garten. Vielleicht ist ja auch der Garten sogar für dich gedacht, lieber Löwe. Drei der Stäbe auf drei der Stäbe und die sieben Kelche unter den vier Schwertern. Sechs der Münzen unter dem Herrscher. Ich habe ja gesagt, die Wurzel des Ganzen ist ja, dass du in der Vergangenheit dich nicht wirklich wie ein Herrscher nach außen gezeigt hast, ja. Das kann bedeuten, dass du entweder versucht hast, den Ton anzugeben auf eine sehr despotische oder dominante Art und Weise. Hast den anderen nur Brotkrummen gegeben. Hast von oben nach unten herabgeschaut auf die Leute. Das ist eine Variante. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Die zweite Variante ist, wenn man sich unter Wert verkauft, auf den Punkt gebracht, ja. Wenn man sich unter Wert verkauft, eigentlich eine gewisse Stärke inne hat, aber trotzdem aus der Angst heraus, ja, zu scheitern, nicht geliebt zu werden, sich hier unterwirft, ja, fast schon rumkriecht. Und so auf angepasst tut. Ja, das geht dann auch nach hinten los, weil es nicht so wirklich authentisch ist und weil dann die anderen dir auf dem Kopf rumtanzen können. Also irgendwas hat dir dazu geführt. Ja, das hat was mit deinem äußeren Auftreten zu tun. Ja, jetzt als König der Kelche, hier die Verletzung, drei der Schwerter, du bist verletzt. Ja, du zweifelst, bist besorgt, hochemotional. Und ich glaube, hier werden die Informationen zugetragen oder du findest hier einfach was raus. Und das bringt dich hier in einen, in ein Chaos, ja. Da weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Hier mit dem Gehängten auch. Handlungsunfähig. Die Hände sind mir gebunden. Was soll ich jetzt machen? Der Herrscher steht auf dem Kopf. Hier ist auch der Gehängte. Kopf über. Und wenn man Kopf über steht, dann kann man nicht so viel machen, ne. Kann man nicht so viel umsetzen. Es geht um diese zwei Kelche, ja. Hier beim Gegenüber, wo ich gesagt habe, hier hast du es mit jemandem zu tun. Da hat hier, klammheimlich, sich etwas aufgebaut, irgendwas umgesetzt. Und irgendwie kannst du nichts dagegen machen, habe ich hier den Eindruck. Bei deinem Gegenüber, achte Münzen, neunte Münzen. Hier eine gewisse Unabhängigkeit will dieser Mensch erreichen. Es geht um Sicherheiten, es geht um Stabilisierung, es geht um den Selbstwert. Vielleicht auch finanzielle Ressourcen, irgendwas Berufliches, ja. Vielleicht hast du einen Partner, der da so unglaublich beruflich engagiert ist, dass er sie alles um sich herum vergisst. Also sehr vertieft hier in irgendeine Arbeit, in ein Projekt. Und das Ziel ist hier eine Unabhängigkeit. Gloria, Glanz. Zwei der Kelche, König der Kelche. Hier auch auf der anderen Seite. Das, was dieser Mensch hier betreibt, liegt diesem Menschen sehr am Herzen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es ein Überraschungsprojekt für euch beide ist. Also wo dein Gegenüber etwas hier hinter deinem Rücken vorbereitet hat, wovon du nichts wusstest. Und das ist aber eigentlich etwas Schönes für euch beide. und sollte eine Überraschung werden. Oder ob dein Gegenüber hier wirklich an etwas arbeitet, was er für sich alleine haben möchte. Das werden vielleicht zwei Varianten sein. Du musst selber wissen, was bei dir zutrifft. Hier drei der Stäbe, drei der Stäbe. Jemand will sich hier durchsetzen, Erfolg haben. Hat irgendwelche großen Visionen, Pläne. Aber hier mit dem König der Kelche und mit diesen fünf Stäben, ich weiß nicht, was du davon halten sollst. Du bist hier durcheinander, habe ich den Eindruck, lieber Löwe. Ja, und dann denke ich mal, wenn es hier zur Aussprache kommt und du sagst, hey, was ist hier eigentlich los, wenn du den anderen zur Rede stellst, wird dieser Mensch hier abtauchen, die Kommunikation verweigern. Und komischerweise wird dann plötzlich dieser Mensch darüber nachdenken und sagen, was habe ich hier eigentlich getan. Also wenn das Gegenüber hier rausfindet, dass du diesbezüglich verletzt bist, ja, dass du das mitbekommst, dass du jetzt misstrauisch wirst, dann wird dieser Mensch sozusagen wieder zur Besinnung kommen. Ja. Das ist wie so ertappt werden und dann schlechtes Gewissen und dann sich fragen, was zur Hülle mache ich hier eigentlich. Ja, eine große Verunsicherung hier zum Schluss bei deinem Gegenüber. Ich ziehe noch zwei letzte Karten als Hinweis oder Ratschlag hier an dich, lieber Löwe. Acht der Schwerter. Der Stern und zweite Stäbe. Zweite Stäbe ist jetzt nochmal rausgekommen, dann machen wir das. Also hier mit diesen acht Schwertern, ja, das ist nämlich das Ding. Das ist eine Energie, die zu dir gehört, ja. Weil dein Gegenüber hier irgendwas parallel macht. Das bringt dich hier in so eine Zwickmühle. Auf einmal prasseln so die Gedanken ein und nehmen dich quasi wie gefangen und du sagst, was soll ich denn jetzt damit machen mit diesen Informationen? Was soll ich jetzt als nächstes tun? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, eventuell. Ja, also das lähmt dich quasi schon, dieses Wissen darum. Ja, diese Acht der Schwerter sind auch eine Zusammensetzung hier aus deinen Ängsten, deinen Verletzungen und auch der Druck, der sich da anstaut. Aber weißt du was? Hier mit dem Stern und zwei der Stäbe sehe ich, dass das, was hier passiert, am Ende für dich gut ausgeht. Es hat ein übergeordnetes Ziel, was am Ende gut für dich sein wird. Ja, das, was hier passiert, was du rausfindest, wird am Ende doch sehr gut für dich. Und ich sehe auch für dich einen Ausweg, ich sehe eine Lösung und du wirst zum späteren Zeitpunkt rausfinden, was das Gutes an sich hatte. Ja. Nun gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.